Keine Strafe wird es für ein Opfer sexueller Gewalt geben, das sich zur Wehr gesetzt hatte. Innenminister Herbert Kickl befürchtet eine neue Migrationswelle. Und die türkische Wahlbehörde hat eine Neuauszählung in Istanbul abgelehnt. Das sind unsere Schlagzeilen heute. Hallo und herzlich willkommen auf KRONE TV. Gute Nachrichten für jene Schweizerin, die zu Silvester einem Mann, der sie sexuell belästigt hatte, die Nase gebrochen hatte. Das Verfahren gegen sie wegen Körperverletzung ist fallen gelassen worden. Es wurde ihr gerechtfertigte Notwehr zugebilligt. Aber auch der Verdächtige, ein 20-jähriger Afghane, wird in diesem Fall nicht belangt. Die Schweizerin konnte ihren Angreifer nicht zweifelsfrei wiedererkennen. Deswegen wurde auch sein Verfahren eingestellt. Innenminister Herbert Kickl schlägt in einem aktuellen Schreiben an Brüssel Alarm. Es sei wieder mit einem Anstieg der illegalen Migration über die östliche Mittelmeer- und die Balkanroute zu rechnen, meint er. Er bezieht sich dabei auf Daten von der Europol. Demnach befänden sich insgesamt rund 10.000 Migranten in Bosnien, Herzegowina und Serbien, also direkt an der Grenze zur EU. Kickl will daher, dass die Notfallpläne für eine Krisensituation innerhalb der EU abgestimmt werden. Außerdem fordert er mehr finanzielle Unterstützung seitens der EU für effektive Rückkehrsysteme, Informationskampagnen sowie Kapazitätenaufbau vor Ort. Wir schauen ins Ausland und zwar zuerst in die Türkei, wo die türkische Wahlbehörde eine Neuauszählung in Istanbul abgelehnt hat. Eine solche hatte die AKP, die Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, ja gefordert, nachdem die Stadt in den Kommunalwahlen an die Opposition gegangen ist. Die AKP wollte eine Neuauszählung in allen 31 Bezirken Istanbuls. Erdogan hatte die Abstimmung in Istanbul am Montag als regelwidrig bezeichnet. Seine Regierungspartei AKP habe festgestellt, dass es ein organisiertes Verbrechen bei der Wahl gegeben habe, sagte er. Die Behörde hat sich aber darauf geeinigt, nur 51 Urnen nachzuzählen. In Israel wird ein neues Parlament gewählt und es sieht so knapp aus wie noch nie. Der ehemalige Generalstabschef Benny Gantz fordert den Premierminister Benjamin Netanyahu ganz schön heraus und ist mit seiner Liste blau-weiß in den Umfragen sogar vorne gelegen. Netanyahu hat sich ins Zeug gelegt und am Samstag sogar die Annexion jüdischer Siedlungsgebiete im Westjordanland angekündigt. Viele Beobachter haben das als Werben um Wähler am rechten Rand gedeutet. Konkurrent Gantz hat von einem verantwortungslosen Heischen nach Stimmen gesprochen. Es wird jedenfalls ein knappes Rennen um das neue Parlament. Die Wahllokale schließen Dienstagabend. Das war Ihr Nachrichtenüberblick für heute. Ich hoffe, Sie sind gut in die Woche gestartet und ich wünsche Ihnen einen angenehmen und möglichst stressfreien Tag. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich hoffe, Sie sind gut in die Woche gestartet.